Bald ist Frau Pafrath, Frau Dr. Pafrath, die Dame hat promoviert. Sie hat sich intensiv mit der deutschen Geschichte befasst. Sie hat Enteignungen untersucht, und zwar die, die in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands zwischen 1945 und 1949 stattgefunden haben. Was bis heute wenig bekannt ist, es ging nicht nur um Grund und Boden. Mit dieser Aktion wurden auch zehntausende mittelständische Betriebe enteignet, Unternehmer, Handwerker, Kleinindustrielle. Die Rückgabe oder Restitution ausgeschlossen. Dies sei eine Bedingung der Sowjetunion für die Einheit gewesen. Der Fortbestand der Maßnahmen zwischen 1945 und 1949 wurde von der Sowjetunion zu einer der Bedingungen über die Wiedervereinigung gemacht. Und ich sage klar, die Einheit Deutschlands konnte an dieser Frage nicht scheitern. Sieben Jahre später musste der Kanzler erleben, wie sein Partner bei der Einheit eben diese Bedingung dementierte. Für mich klingt es einfach absurd, wenn man mir unterstellt, ich hätte die Forderung nach Verbot der Restitution als Vorbedingung für meine Zustimmung zur Wiedervereinigung gemacht. Und die Frage nach Restitution des enteigneten Besitzes wurde auf der höchsten Führungsebene niemals angesprochen. Dieser Widerspruch zwischen den beiden Staatsmännern ist ungeklägt. Konstanze Pafrat hat diesen Widerspruch nun akribisch aufgearbeitet. Die Politikwissenschaftlerin hat zu diesem Thema eine Doktorarbeit geschrieben. Jahrelang hat sie alle verfügbaren Dokumente der Wendezeit ausgewertet und die Verhandlungen um die deutsche Einheit rekonstruiert. Protokolle, Vertragstexte, Medienberichte, Akten über die 2 plus 4 Verhandlungen und die Verhandlungen zwischen der DDR und der Regierung Kohl analysiert. Ihr Ergebnis? Es gab diese sowjetische Bedingung nicht, die da, wie immer behauptet wurde, sagte, wenn ihr nicht diesem Rückgabeverbot zustimmt, stimmen wir der Wiedervereinigung nicht zu. Das ist eine Lüge. Warum wurde diese Lüge in die Welt gesetzt, aus Ihrer Sicht? Sie wurde in die Welt gesetzt, weil man relativ früh bemerkt hat, dass man die eigenen Absichten, die da ja hießen, wir bringen dieses Vermögen in unsere Hand, um es dann zu verkaufen über die Treuhand im Übrigen, nicht einfach so durch das Parlament bekommen würde, weil es ja gegen das Eigentumsrecht verstößt. Und dann hat man gedacht, was könnte man als gutes Argument bringen und dann hat man eine ausländische Forderung erfunden. Konstanze Pafrat hat die Dissertation an der Universität Duisburg eingereicht. Sie ist mit der bestmöglichen Note bewertet worden, Summa Cum Laude. In den Gutachten zu ihrer Arbeit ist die politische und historische Bedeutung hervorgehoben worden. Doch warum soll die Regierung Kohl 1990 den Bruch eigener, konservativer Grundpositionen begangen haben? Warum sollte sie die Rückgabe verhindert haben? Sie hat es getan, um womöglich erstmal diese Volkskammerwahlen 1990 zu gewinnen, weil das ein sehr gutes Argument war. Man würde an der demokratischen Bodenreform nicht rütteln, dass man das den ostdeutschen Wählern verkaufen konnte. Und man hatte das Argument in der Hand, dass man sagen konnte, die Einheit Deutschlands wird keine Steuererhöhung nach sich ziehen. Welche Rolle spielten dabei die Länder rein, um die es ging? Ja, man hatte die Vorstellung, dass man, wenn man dieses Vermögen der Enteignung 4549 in Hand des Staates bringen würde, über die Treuhand und es dann wieder verkaufen würde, ungefähr eine Summe von 600 Milliarden D-Mark in die Hand bekommen würde, die man dann eben in den Haushalt einstellen könnte und damit die Einheit Deutschlands finanzieren könnte. Das Thema ist politischer Sprengstoff, der nicht zuletzt die Politologin Pafrat nachhaltig erschüttert hat. Ja, ich muss sagen, ich habe mich immer wieder geprüft, ob ich auch seriös arbeite, ob die Quellen auch alle stimmen, weil man sich schon bewusst ist, dass man eine große Verantwortung hat, wenn man so etwas schreibt und wie man auch mit dem Ergebnis umgeht. Und ich muss sagen, ich bin persönlich auch sehr enttäuscht, weil ich mir so etwas nicht vorstellen konnte, bevor ich diese Forschung angefangen habe. Jetzt kann ich mir aber fast alles vorstellen. Und dann ist es, wie die Boehy noch etwas Monster Laurie从